Das Testergebnis ist unerwartet. Geht es dem Kind gut oder nicht? Es tut mir leid. Aber alles weist auf Trisomie 21 hin, Dorn-Syndrom. Es heißt, wir kriegen ein behindertes Kind. Die Entscheidung liegt bei ihm. Eine Schwangerschaftsunterbrechung ist bei dieser Diagnose eine ganz übliche Sache. Und was bleibt, ist nur der Augenblick selbst. Die Fragen, die mich verfolgen. Woher komme ich? Wohin führt die Reise meines Lebens? Was ist mein Ziel, mein Sinn? Die Fragen verschwinden. Vielleicht ist das der Sinn, einfach zu sein. Dass alle Fragen aufhören. Und mit ihnen die Zeit. Die Lasst uns mit ihnen, was es bis zu sein, ermutig ist. Was wir sind, was sie? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hahahaha